Hey Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Netflix Kategorien anzeigen lassen könnt. Das geht aber nur um Computer, denn es gibt in Netflix ja Kategorien, aber diese werden leider nicht angezeigt. Dazu bedötigen wir dieses Add-on. Einfach auf Hinzufügen klicken, dann auf Weiterhin hinzufügen. Und so, dann ist es schon installiert. Und jetzt sehen wir hier noch nichts, deswegen reloaden wir mal die Seite. Und jetzt sehen wir hier oben, Browse All. Ich kann jetzt hier drüberhabern, sehe, es gibt ziemlich viele Kategorien. Nicht alle davon sind befüllt, manche weniger, manche mehr. Zum Beispiel eine große Kategorie werden wahrscheinlich Comedys sein hier. Und dann sehen wir hier nur Komödien, eine ganze Seite nur Komödien. Das Ganze geht eben nur um mit diesen Add-on. Ihr seht ja, es sind ziemlich viele Kategorien, aber manche, wie zum Beispiel Kalt-Movies, einfach gar nicht befüllt. Das heißt, ihr könnt einfach hier mal ein bisschen durchklicken, gucken, was ihr so findet. Und dann habt ihr vielleicht schneller eine Wahl, wenn ihr direkt nach euren Kategorien suchen könnt. Ja, und das war es aber auch schon von diesem kleinen Aperfall-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage, ciao Leute, haut rein.